Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial-Video. Ich zeige euch heute, wie ihr die Prüfung des Raben hier in Südsexe bei dem Aneritum-Versteck der Meister-Herausforderung hinbekommen könnt mit der Stufe Gold. Das ist per se gar nicht mal allzu schwierig. Was ihr braucht, ist ein wenig Geschick und ein wenig Geduld. Da seht ihr, was wir machen müssen. Wir müssen Truhen plündern, wir dürfen nicht tödlich bleiben. Das heißt, wir dürfen niemanden umbringen. Wir müssen unentdeckt bleiben, das heißt, niemand darf uns sehen. Und am Ende des Tages müssen wir noch einen Gefangenen retten. Und das ist tatsächlich das, was wir hier tun müssen. Ihr seht hier die Ausrüstung. Die ist per se jetzt nichts, was jetzt unbedingt erwähnenswert ist und was euch jetzt hier irgendwie so riesige Vorteile bringt. Ein bisschen was hat es natürlich. Aber ich glaube, da kommt es jetzt am Ende nicht darauf an, da nochmal die Eigenschaften durchzugehen. Ja, wir starten rein und ich muss sagen, dass ich tatsächlich es geschafft habe, diese Challenge hier beim ersten Versuch hinzubekommen. Kann sein, dass das nicht immer klappt. Ich hatte auch an einer Stelle ein bisschen Glück. Aber sie ist jetzt, wenn man weiß, was man tun muss, nicht allzu komplex. Denn was ihr eigentlich machen müsst, ist, ihr seht es hier bereits, wir haben überall kleine Büsche und in diesen Büschen könnt ihr euch entsprechend versteckt halten. Und genau hier an der ersten Stelle, das ist nämlich genau das, wo ich eigentlich fast entdeckt werde. Und das ist auch eigentlich so die einzige kritische Stelle, die ich jetzt am Anfang habe. Ansonsten zeige ich euch jetzt, wie ihr euch da durchschleichen könnt und wie ihr am Ende des Tages dabei auch unentdeckt bleibt und die Gegner dann auch nicht töten müsst. Ihr müsst eigentlich nur so ein bisschen auf die Wege der Gegner achten und ein bisschen außer Sicht bleiben und könnt euch dann von einem Versteck ins nächste begeben. Ihr seht es hier, der Kollege, der dreht seine Runden vor und zurück. Das heißt, ihr bleibt einfach tatsächlich dort in dem Busch sitzen. Hier haben wir ebenfalls einen Gegner, der wieder vor und zurück geht. Da ist es ein bisschen komplex, jetzt hier rechts an die Kiste dran zu kommen. Ihr werdet aber sehen, wie ich das gleich mache. Ich gehe vergleichsweise langsam vor. Das würde ich euch auch empfehlen, weil das Problem ist, wenn ihr das nicht tut, dann kann es mal sein, dass ihr irgendwie in das Blickfeld des Gegners reinlauft und dann könnt ihr direkt von vorne anfangen und das ist natürlich nicht so sinnvoll. Deswegen nehmt euch lieber die Zeit, bleibt entsprechend in den Verstecken und macht das Ganze langsam. Ihr seht es jetzt hier, er geht wieder nach rechts, dann dreht er sich relativ schnell um. Das heißt, das ist die Zeit, die ihr gleich habt, um die Truhe links zu öffnen. Das heißt, er geht jetzt nach links, ihr seht es und sobald er sich umdreht, geht ihr nach links und holt euch die Truhe. Das mache ich hier jetzt auch. Zack, Truhe öffnen und weg damit. Das ist die Zeit, die ihr habt und das ist auch ungefähr das, wie es hinkommt von der Zeit und deswegen solltet ihr euch da in Tucken beeilen. Nachdem er wieder weg geht, gehen wir hier durch den nächsten Durchgang und da sehen wir bereits einen dicken, fetten Typen, der einen Schlüssel hat. Der patrouilliert ebenfalls umher und das ermöglicht es euch, euch hier in eine weitere Deckung zu begeben und dann danach ihm seinen Schlüssel auch abzunehmen. Dann das ist genau das, was ihr machen müsst, denn ihr braucht diesen Schlüssel später, um den Gefangenen zu befreien. Das heißt, unbedingt diesen Schlüssel einsammeln, sonst könnt ihr diese Quest hier überhaupt gar nicht abschließen, denn dazu müsst ihr halt den Gefangenen entsprechend befreien. Und ihr seht, der hat einen relativ eingänglichen Pfad, den er immer geht. Der geht nämlich immer hier tatsächlich um dieses ganze Ding drumherum, bleibt dann hier an dieser Stelle stehen, sodass ihr ihm an dieser Position theoretisch gesehen dann relativ simpel auch den Schlüssel stehlen könnt. Witzigerweise, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ist denn die Taste dafür, es wurden die eingeblendet. Es war dann die Leertaste und ich habe ihm dann den Schlüssel an dieser Stelle geklaut. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, weil ihr seht, links bleibt er gleich ein bisschen länger stehen, das hier ein bisschen zur Seite zu schieben und dann hier die Kiste zu öffnen. Wie gesagt, alles ein bisschen mit Hast machen, damit ihr von dem Gegner halt wirklich nicht entdeckt werdet. Ja, nachdem wir das auch hinter uns gebracht haben, können wir dann hier weitergehen. Den Gegner lassen wir dann ebenfalls links liegen und hier jetzt aufpassen, hier kommt wieder ein Gegner, der immer auch nach links und rechts geht. Der kollidiert so ein bisschen in seinem Pfad mit dem, der ihn auf der rechten Seite gerade seht. Der geht so vor und zurück und ihr müsst auf beide so ein bisschen achten, wenn ihr hier an die Kiste auf der rechten Seite heran wollt. Und was ich jetzt erstmal mache, ist, ich begebe mich hier auf die andere Seite, um einfach auch einen besseren Überblick zu bekommen und dann sehen wir schon, dass da ebenfalls ein kleiner Busch ist an dieser Seite, in den wir dann reingehen können, wenn der Gegner hier an mir vorbei ist. Aufpassen jetzt links, wenn da gerade der Gegner steht, dann solltet ihr das, was ich gerade getan habe, nicht machen. Das heißt, behaltet auch den Gegner jetzt hier, der da hinten ankommt, ein bisschen im Blick, weil der kann euch natürlich genauso gut entdecken wie der andere hier. Das heißt, da musst du ein bisschen darauf achten, dass die so irgendwie einigermaßen harmonisch hin und her wandern. So, der dreht sich um, der Typ bleibt aber irgendwie drei Stunden stehen und das ermöglicht es mir dann aber irgendwann hier auch diese Kiste zu holen und mich dann schnell wieder in meinen Versteck zu begeben. Und jetzt ist ein bisschen Warten angesagt, weil tatsächlich muss ich mal gucken, dass die beiden mich nicht sehen. Der ist jetzt zwar umgedreht, der andere hat aber irgendwie eine längere, eine längere Fahrt und deswegen sind die nicht unbedingt immer synchron. Das heißt, die kommen nicht immer gleichzeitig an der Stelle hier an und das müsst ihr so ein bisschen mit bedenken, sodass, selbst wenn ihr den einen jetzt unter Kontrolle habt, ihr denkt, der ist jetzt weg, das heißt, da könnte ich jetzt gehen, müsst ihr auch unter Kontrolle behalten, dass der hier rechts vielleicht dann gerade euch anstarrt. Und das meinte ich mit, in dieser Challenge braucht ihr hin und wieder einfach ein bisschen Geduld, um zu schauen, wo stehen die Gegner, wie stehen die Gegner zueinander und wie kann ich diese Situation dann letztlich ausnutzen. So, jetzt bin ich in einer Situation, wo der da hinten einfach zu weit weg war und der links jetzt hier tatsächlich weiter weggegangen ist. Dort unten sehen wir bereits den Gefangenen, den wir gleich befreien müssen, aber wir haben da hinten noch einen weiteren Reichtum und den werde ich mir jetzt holen, nachdem der Kollege hier links an mir vorbeigegangen ist. Kann ich mich nämlich hier erstmal weiter nach vorne bewegen in die nächste, ins nächste Gebüsch. Wir sehen vor uns jetzt hier diese Wache. Ich hatte hier ein bisschen Glück, ich würde euch nicht unbedingt empfehlen, hier diesen Ort zu wählen, aber der scheint sicher zu sein. Also an dieser Stelle, wenn ihr euch da direkt an die Wand quetscht, scheint er euch nicht zu sehen, aber ich hatte wirklich ganz kurz Schiss, dass ich hier gleich entdeckt werde. Aber glücklicherweise war der Typ dann doch nicht schlau genug an dieser Stelle und das ermöglicht es mir dann hier doch weiter voranzugehen. Ihr seht hier rechts wäre auch eine Möglichkeit gewesen, mich zu verstecken. Und ansonsten sind wir jetzt hier im Busch und das ermöglicht es uns hier hoch zu gehen. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen auf den Typen da hinten. Und ich war glücklicherweise knapp schnell genug, aber das hätte auch böse ausgehen können. Wartet notfalls einfach nochmal ab, bis der Typ hier bei euch war und wieder wegläuft, weil dann habt ihr genug Zeit, einerseits die Kiste zu holen und andererseits auch im Nachgang wieder runter zu springen. Aber insgesamt habt ihr hier eigentlich genug von den Zeiten her, um das relativ locker und flockig einsammeln zu können. Das war jetzt auch die letzte Kiste. Das heißt, wir haben alle vier Kisten hier in dieser Challenge eingesammelt und das Einzige, was jetzt noch verbleibt, ist wirklich den Gefangenen nach draußen zu bringen und dabei unentdeckt zu bleiben und niemanden umzubringen. Das mit dem Umbringen hat ganz gut geklappt. Wir haben jetzt die Gegner, die wir jetzt bereits gesehen haben, sind auch die Gegner, die uns jetzt hier noch erwarten. Denn wir müssen den gleichen Weg, den wir reingegangen sind, jetzt auch wieder rausgehen. Und das sehen wir jetzt auch gleich. Ich werde jetzt gleich den Gefangenen dort hinten befreien und mich dann auf dem gleichen Wege hinausbegeben, den ich vorher hineingenommen habe. Das Ganze natürlich dann mit einem entsprechenden Gefangenen auf dem Rücken. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber und dann gehen wir sogar noch einen weiter hier rüber. Und dann brauchen wir nämlich den Schlüssel, den wir vorher von der dicken Wache abgenommen haben. Um diesen Käfig hier zu öffnen. Dazu benötigt ihr den Schlüssel. Und ich warte jetzt ab, bis diese Wache hier auf der unteren Ebene sich tatsächlich wieder von mir entfernt. Das ist tatsächlich in diesem Fall auch die einzige Wache, die ihr an dieser Stelle hier bedenken müsst. Alle anderen Wachen sollten hier nicht wirklich runterschauen können. Das heißt, ihr müsst wirklich euch nur darauf konzentrieren, dass er dieser Wache da entsprechend ausweicht. Ja, da seht ihr es. Da haben wir also schon mal das Tor geöffnet. Und in diesem Fall hätte ich jetzt hier bereits mir den Gefangenen schnappen können. Leider Gottes habe ich irgendwie aus Versehen den Knopf zu schnell losgelassen. Und dann war es mir doch zu riskant. Ich bin nochmal zurückgegangen. Per se hätte ich genug Zeit gehabt, das wirklich die Animation abzuwarten. Also ihr kennt das ja, wenn ihr einen Gefangenen oder sowas auf den Rücken nehmt, da gibt es eine kleine Animation. Die dauert ein paar Sekunden. Und in diesem Fall war das ebenfalls so. Und ich hätte die nur einfach abwarten müssen. Denn der Kollege hier rechts, der steht wirklich sehr, sehr lange an seinem vorherigen Ort. Das heißt, da müsst ihr euch eigentlich keine größeren Sorgen machen, dass der sich in dieser Zeit umdreht. Nichtsdestotrotz, sicher ist sicher. Also wenn ihr da auch irgendwo mal Zweifel habt, bleibt lieber nochmal eine Runde länger irgendwo stehen. Wenn euch das Sicherheit schafft, dann ist das wirklich sehr, sehr sinnvoll. So, und jetzt sehen wir, haben wir hier den Kollegen uns geholt. Und ich dachte zuerst, ich muss hier irgendwie nach rechts eher gehen. Was irgendwie dumm war. Also wir hätten hier rechts irgendwie runterkommen können. Das war ein Weg. Ich dachte, ach, muss ich den jetzt hier lang bringen? Ist das ein anderer Weg? Aber nein, ihr müsst wirklich den kompletten Weg zurückgehen, den ihr gekommen seid. Und das wird mir hier an dieser Stelle dann auch bewusst. So, dass ich jetzt mich hinter dieser Wache jetzt hinterher schleiche und den gleichen Weg hinausnehme, den wir vorher hineingenommen haben. Und da wir ja jetzt bereits die Gegner ungefähr kennen, sollte das auch gar kein großes Problem sein. Jetzt sehen wir hier die Wache vor uns. Wenn die sich wieder umdreht und an mir vorbeigelaufen ist, wenn ihr in dieser Position seid, könnt ihr einfach geradeaus durch. Der dreht sich ja dann auch jetzt nicht mehr um. Das heißt, das sollte einfach für euch möglich sein. Oben auf die Wache ein bisschen aufpassen, obwohl ihr da auch hier in diesem Busch direkt landet, sodass euch diese Wache ebenfalls kein großes Problem sein solltet. Ich bin sogar so mutig und gehe direkt hier weiter, weil ich wusste, dass die Wache relativ langsam hier rum geht. Riskiert nicht zu viel. Wie gesagt, wenn sie euch dann entdecken, ist es echt dumm, wenn ihr schon alles fertig habt und dann nur wegen so blöden Fehler einfach entdeckt werdet. Aber per se habt ihr ja so ungefähr jetzt ein Gefühl, wie die Wachen sich bewegen. Hier links haben wir den dicken wieder. Der geht also gleich wieder seinen eigenen Gang. Das heißt, da könnt ihr einfach locker drauf vorbeischleichen, ebenfalls ohne großen Aufwand. Und am Ende sind hier noch so diese paar Wachen, die dann wirklich so ein bisschen blöder sind tatsächlich. Lustigerweise, die sieht euch aber auch nicht, selbst wenn ihr jetzt euch hier durchbegibt, während sie da steht. Also weiß ich nicht, der ist wirklich sehr, sehr dumm. Und dann in dem Moment, wo ihr nach links geht, könnt ihr euch einfach hier an dieser Wache vorbeischleichen. Hier oben ein bisschen aufgepasst. Die ist halt, sie hat so einen blöden Weg einfach. Und die kommt nämlich fast bis nach hier hinten. Und da müsst ihr so ein bisschen schauen, dass ihr da nicht in diese Wache reinlauft und euch dann relativ schnell hier in den Busch daneben bewegt. Wie gesagt, der hat einen relativ schnellen Pfad. Deswegen müsst ihr euch da ein bisschen ranhalten. Das sollte aber durchaus möglich sein. Hier oben haben wir wieder eine Wache, die mich glücklicherweise auch durch Dummheit nicht sieht. Also wie gesagt, vielleicht könnt ihr noch ein Tucken vorsichtiger sein als ich. Wenn ich mir das jetzt so angucke, war das vielleicht nicht das Allerbeste und Schönste, was ich hier gemacht habe. Aber es funktioniert. Von daher, alles gut. Und das war auch schon die letzte Wache. Jetzt seid ihr draußen. Legt den Kollegen dort oben einfach ab. Und ja, das wäre es dann gewesen. Ich hoffe, dieses kleine Trollvideo hat euch weitergeholfen. Und ich hoffe, ihr habt die Challenge auch hinbekommen. Wenn es euch geholfen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch auch in einem weiteren Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht es erst mal gut. Bye, bye. 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 Vielen Dank.